Hallo und herzlich willkommen bei Sammlerwelten. Ja, ihr seht es schon, ein Skylanders Trap Team Booster. Das ist ja nach Spyros Adventure, Giants, irgendwas drittes war da noch, das ist das vierte, glaube ich. Von Giants habe ich einen Booster, von den restlichen leider nicht. Ich hatte von den restlichen auch welche, die habe ich übergeöffnet damals. War blöd. Fünf Karten pro Päckchen, halte Ausschau nach Sonderkarten, Holo-Karten, eine in fünf Packungen. Mirror-Foil-Karten, eine in 2,1 Packungen. Wärme-Magie-Karten, eine zu fünf, Ausmark-Karten, eine zu fünf, Minikarten, eine zu fünf. Fallenhalter, eins zu 8,3. Fallenhalter, was ist das für eine Kartenname? Ich habe zwei gekauft davon, erstmal nur. Wenn es euch gefällt, kaufe ich natürlich mehr. Ich werde wahrscheinlich noch mehr kaufen, weil, geiler, das ist schon eine coole Serie. Oh, ich steh'n geblieben. Wenn es euch gefällt, dann gebt einen Daumen hoch. Dann sehe ich ja, ob es euch gefällt und werde euch neue Videos davon bringen. So. Trap Master vs. Schurke Enigma gegen Sheep-Creep. Enigma sagt mir was. Was? Ja, okay. Belohnung. Der Bösewicht wird für das Gute statt für das Böse kämpfen. Kannst du sie alle fangen? Hey, ihr hattet eine Wanted-Karte. Was ist denn das für eine Karte? Das habe ich gar nicht hier gesehen. Warte, das ist nur das untere Teil. Hier ist das obere Teil. Das ist irgendwie ein bisschen zerrissen. Holo, Mirror, Wärmemagie, Ausmal, Minikarten fallen halt. Was für eine Karte ist das? Ist das eine Foil-Karte? Glitzert, die wartet. Ja, die glitzert. Cool. Okay, das ist eine Foil-Karte. Das sieht aus wie eine Ausmalkarte. Da habe ich jetzt richtig Glück hier. Ausmalkarten, 1 zu 5. Mirror-Foil-Karten, 1 zu 2,1. 1 zu 2,1 natürlich. Pop-Fits ist zurück. Wow. Okay, das sind diese ganzen normalen Karten. Was ist das für eine Karte? Auch eine normale? Hm, okay. Keine Ahnung. Ich kann mich damit nicht... Mit den Karten habe ich mich nicht wirklich beschäftigt. Bis jetzt. Es ist auch schwierig, um jetzt zu erraten, was das in einem Fallen-Trap-Halte-Karte ist. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Dann öffne ich noch mehr davon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.